Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht aus der Nähe des Kanzleramts. Hier ist nämlich heute Berliner Halbmarathon und da sind Zehntausende von Menschen aus aller Herren Länder gekommen, um mal wieder hier zusammen so richtig schön zu feiern. Und ja, die folgenden Bilder, das sind meine, die ich hier jetzt gerade aufgenommen habe. Und so wird es dann hoffentlich hier am nächsten Wochenende auch wieder aussehen, wenn die Corona-Maßnahmengegner das Brandenburger Tor besatzen. Ja gut, ich habe ja jetzt einen Strafanteil hier, was ja, so machen wir hier jetzt auch noch ein paar Mal, aber man bekommt ja jetzt den Kinder und Strafanteil vor, das war, die Leder und der Runde. Also, bei der Leder der Leder ansehen, aber dann kann das Dachverlehen können, dann haben wir ja noch kein Dachverlager gegeben. Das ist ein Dachverlager, dann werden wir ja noch das Geldfachter machen können. Und das ist ein Dachverlager. Genau, das ist es nicht so, ein Dachverlageratlet festivals. Das ist es, nichts zu tun, es ist nicht so, es ist es echt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020